Ja, wir müssen nochmal zurück Jinx ist da hinten Ich kann nicht schießen! Das gibt's nicht! Hast du keine Munition mehr, oder wie? Elektronik Da gibt's wieder Elektronik zum Looten, wenn du da bist, geil Ich hab kaum noch Munition, gell? Ich hab mal gedacht, du machst alles gut Soll dann alles gut Na ja, ich bin umstrengend mit 4 wieder, weil dann kann ich mehr drücken Ach, was braucht der Penner, so lange soll herkommen die Drecksade? Mach ich auch so, Meier Was chillst du da hinten, du Drecksbegleider? Komm her 1 gegen 1 Das ist keine Utility Maske Ah, Loot all gepärbt Na gut Gehen wir zurück zur Base Jawohl Na, pass auf Jetzt aber, warte kurz noch Er ist Loot gewesen, cool Mission und eine Granate Ich glaub, wenn man nicht in einer Mission drin ist, kann man gar nicht auf Schär stellen Ja, eh Ja, eh, eh nichts Deswegen gehen wir jetzt hier dorthin Gehen wir jetzt in die Base Schauen wir uns noch ein weiteres an Genau mit X kannst du Auto laufen, also wenn du ein bisschen Eier krollen möchtest mit beiden Händen, dann kannst du das machen Das ist relativ angenehm Der läuft automatisch oder? Ja, Autoron Ja, Autoron Drück einmal X, wie's es ist Oder eine Kollision, eine falsche Ja, eine falsche Kollision habe ich auch schon viele gefunden Schon auf der Tutorial-Insel habe ich schon viele gefunden Das sind Gegner? Marius, komm her Ja, töte ihn an Das sind 3 Stück, Alter Das sind 3 Stück, Alter Granate Ehhh Jesus Christ He got company Jesus I get out Du bestiehlst keinen kleinen Juden mehr Was gibt da den Drecksack? Was gibt's denn da als schönes? Ja, gar nix, man Nun Munition Ich frag mich jetzt auch immer, wo Dada das Dritte ist, das hab ich mich schon bei der Open Beta gefragt Was für ein Drittes? Ja, diese Tools da Es gibt ja Tools Und wo ist das Dritte von denen? Ja, musst du rauchen Ah, ich hab's unten Hier Hier muss in die Ecke laufen Boah, da bekomm ich genau gar nix Das ist, weil ich's da schon geöffnet hab, Matthias Das sind solche rote Boxen Ich hab grad Plus 2 bekommen Ja, das ist, weil ich's schon geöffnet hab Das sollte dann links nebenan auch noch eins sein Vielleicht kann ich da rauchen Also solche roten Boxen meinst du? Ja, diese roten Boxen da, die Die geben Tools Aber ich weiß nicht, wo der Dritte ist Es gibt nämlich immer 3 Die Villene nie Raut dann auf Energy Bar aus Ah, bad, kann da nix zu fressen geben Ach, Scheiß drauf, man Kein Bock den Scheißdruck dazu suchen Unnötig Und woher weißt du, dass da ein Dritter ist? Weil's immer 3er sind Immer Da muss man irgendwo aufgehen und fertig Ah, muss man irgendwo aufgehen und fertig Oh, jetzt kann man auch craften Und woher weißt du? Ja, das ist Ja, das ist Ja, das ist Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich weiß, ich weiß, Beggers, Choosers, all diese Scheiße. Was wichtig ist, zu schießen, aber ich kann das nicht tun, ohne mehr zu wissen. Hier ist ein guter Ort zu beginnen. Sarah ist wohl sicher, Dr. Gordon Amherst, hatte etwas zu tun mit der Erdbeeren. Gott, der Scheiße. Ich sah ihn aus einem Papier in Columbia, er hat wohl schon ein Riecht gemacht. Er ist ein Teil davon, ich muss ihn sprechen. Alles von ihm, ihr könnt ihr finden. Notebooks, Laptop, close personal friends, ich brauche das auch. Und wir müssen über live Samples und Antibioten sprechen sprechen. Ihr wird sich beschäftigt. Und du? Das? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hmm. Was? Mit Jessica Keynes in der Phase drehen. Wo ist die? In der Medical Ding, da bin ich jetzt ganz gut gegangen. Endlich, eine Klinik. Wir müssen irgendwo beginnen. Wir haben genug Staff, um zu dem Publikum zu starten. Aber wir haben unser Arbeit für uns. Excellent. Jetzt können wir für alle diese Kinder und Babys geben. Nicht zu nennen, die Pregnantwomen. Scheiße auf die schwangeren Frauen, Alter. Die können in so eine Situation sowieso nicht rein. Dann hauen wir es alle weg. Und in den Bauch treten. Abtreibung kostenloser. So, ich spiele wieder den Heal. Ja. Achso. Ich bin noch nicht da. Kann sowas sein. Ne. Müssen wir es holen. Die haben wir schon geholt, Mathias. Hat's ein Flüchtlingslager. Dort muss ich jetzt hin. So, bitte. Ich bin mit Jessica Kendall in Basis reden. Da. Das war schön. Normal. Du musst aber nur ins Headquarter laufen. Wo bist du bitte gewesen? Ich bin im Headquarter drinnen. Aber ich weiß nicht. Du brauchst das und du es nicht mehr wissen. Was du brauchst, ich habe es. Ich habe es. Du brauchst das und du es nicht mehr wissen. Was du brauchst, ich habe es. Anscheinend bin ich hier. Ich weiß nicht, wo ich kDas ey so ist. Ah, da. Die steht nicht da? Eh, gut. Das ist ein Spack-Kind. Ja eh, du musst einfach aufm Tisch draufdrücken. Ich weiß nicht, wo du... Ich habe immer wieder alles, was du brauchst. Dann kommen wir mit dem Graf, geheimt, und... ...Tune... ...Triven mit dem Grafting Station an... Extended Magazine... ...Nagazine... Du bringst fünf Tools, brauche ich, dafür... Ja, boi, das shitlos aus hier... ...Kind ich auf den Weg... ...Fase 1 war ein Erfolg... ...Repeat... ...Kind ich auf den Weg... ...Kind ich auf den Weg... ...Dannett, wenn sie in Flucht... ...Difficulte enemies match level... ...2-level... ...Kind ich auf den Weg... 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 ...Dannett, wenn sie... Uuuuhuhuhu... ...Es gibt Challenging, Alter... ...Oh mein Gott, Unlocker ist Level 30, Alter... ...Willst du mich rallen? So ein Scheiß... ...Nicht auf den Weg mit... ...Hm... ...Nicht... ...Wuupy... ...Jesu... ...H-Christ... ...I wanna give Big Fuck you... ...Wh-who... ...Send me this place... ...It's Me Deep... ...In Dead Bodies... ...Which means... ...It's drawing cleaners... ...Like, Fly... ...J-... ...Werben sogar... ...Third Person... ...der... ...Bei... ...Bei... ...Herb... Vielleicht kann sie sogar drehen, oh cool Backpack Ja und es kam der offline gett hat power and recover roads in der order one important the others vital dem maßbieter club leader okay gut also kann es kann wirklich nur der club leader irgendwas setzen so nächste mission ja wir machen jetzt das mit dem mit der dinge würde ich sagen wie heißt das mit dem energie ding ich habe schon ausgesucht musste war rechts hat man einen counter für tech wings supplies den immer gleich mit natürlich und dann weiter nach rechts ist eine mission die tech wings mission und ich sehe es auch schon draußen sie ist es schon ich habe es markiert jetzt siehst du es aber nicht aber ich habe kein navel ja egal laufen einfach nach oben ich habe ein schalldämpfer oben was kostet geld ja ich spiel hier voll auf yolo und alles abschießen einfach so aus spaß herum ballern was der dreck munition oder wie wo ich mein lot hier was power zum einmal im kreis gelaufen oder wie bis ich mich verarschen